Hallo und herzlich Willkommen! Mein Name ist Laura und ich zeige dir, wie Deutschfuchs funktioniert. Es ist ganz einfach, auch für Anfänger ohne Deutschkenntnisse. Deutschfuchs ist eine Online-Plattform zum Deutsch lernen. Deine Lehrkraft schickt dir hier verschiedene Übungen, die du bearbeiten kannst. So lernst du ganz einfach die deutsche Sprache. Du bekommst von deiner Lehrkraft einen Code und ein Passwort. Mit diesen Daten kannst du dich anmelden. Öffne die Seite Deutsch.app in deinem Browser auf Computer, Tablet oder Smartphone oder lad die App Deutschfuchs im Playstore oder Appstore auf dein mobiles Gerät. Trag die Login-Daten hier ein. Achte bitte auf Groß- und Kleinschreibung. Du kannst dich auch mit zwei Geräten anmelden. Das ist die Startseite. Hier findest du alle Funktionen. Du kannst Vokabeln lernen, Konjugationen lernen, Texte schreiben, im Unterricht Spiele spielen und im Trainingsbereich dein Deutsch verbessern. Das Wichtigste ist aber die Materialliste. Hier findest du alles, was deine Lehrkraft im Unterricht behandelt. Ein Klick auf den Namen öffnet dieses Dokument. Viele Dokumente sind interaktiv. Du kannst die Aufgaben hier direkt bearbeiten. Du kannst die meisten Wörter auch anklicken. Dann siehst du eine Übersetzung in deiner Sprache und kannst dir die richtige Aussprache anhören. Die Sprache stellt deine Lehrkraft ein. Eine komplette Vokabelliste mit Übersetzungen findest du im Menü. Hier kommst du auch zurück zur Startseite. Alles wird automatisch gespeichert. Das siehst du ganz unten. Du kannst deine Eingaben selbst mit den Lösungen vergleichen, aber nur, wenn deine Lehrkraft das freigeschaltet hat. Das ist der Trainingsbereich. Such dir ein Thema aus und sammle Sterne für richtige Antworten. Hier kannst du Vokabeln lernen. Trag die deutsche Übersetzung für den Begriff ein und überprüf deine Antwort. Versuch nach und nach, alle Vokabeln auf Stufe 5 zu bringen. Vergiss nicht, jeden Tag deine Vokabeln zu lernen. Wenn deine Lehrkraft diese Funktion einschaltet, findest du oben im Menü eine Videokonferenz und unten den Chat. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen. Bei Fragen sprich bitte direkt mit deiner Lehrkraft oder deiner Schule. Wenn das Augen mehr ab stuff gibt, lässt sich wenigstens kmprev darf wenn du dich herị Emir IT warst und Corinne Entreotype this wie es vivend. Es wird immer wieder einenrassen mit觀眾 sehen. Dann schnungen kannst du noch lic Wam. Anfangen tatsächlich wieder. Wenn du will das Auto zu Aaronua deputy complimentary möchte,